Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem nächsten NextplayTankyOnline. Heute sind wir auf der Map Stadion. Und in einer Kontrollpoint. Wir versuchen sie gerade zu drehen. Das sieht zur Zeit auch gut aus. Sind sie aber wohl wieder rausgegangen. Mal gucken. Vielleicht fühlt sie sich nochmal. Na wo stehst du? So kleiner hier. So. Ja komm schon. Trist uns nicht. Ah oder doch. Kurz heilen. Da kommen sie wieder neue. So. Versuchen. So. 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 jetzt aber trefft mir die noch ein man sieht die mich nicht hier stehe so schöner salto da kommt vor mir her schön das brav gemacht nein das war naja ich sag lieber nichts dazu kein kommentar zu dieser Aktion nur weil wir zu voll waren herunterzufahren so alle drei Punkte sind immer noch von uns eingenommen ja okay das war nicht schafft okay mit mir zu Punkt C da fahren wir hier hin jeder hat nur so lachs drauf so alles weg nö 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 gehst weg hier mal aufräumen hier okay also nichts mehr jetzt ne der macht genau uns nach ähm okay der leckt wohl ein bisschen und guck wo wir jetzt genau den treffenden Mammut und legen die Miene ah sauer man sie hoch und den schuss von ihnen ein bisschen hoch geschleudert so der ist auch dran da steht jetzt die Schaft wieder hier bin ich jetzt sind wir hier jetzt haben wir unsere Drax an mal kurz okay okay schnell hier hoch gucken können wir vielleicht um ne geht nicht aber das habe ich nicht aufgepasst so der schwer noch einer auf k nehmen wir mal mit wir wollten das hier doch zu so helfen wir dem mit der hinterher dran hier hat jetzt die Schaft keine Wachs mehr gut wurde aber schon gekillt wir können uns einmal heilen was sehr gut ist und legen wir in dem mal ne schöne Miene und okay so du gehst da weg kleiner Camp oder der Ulke Dank für die Unterstützung von unserem Team aber wie er die Schaft warum mehr oh gut traust du dich nicht naja muss ja auch nicht herkommen guck guck wer da hier hier ne ne oh schön haben wir schön den Kill abgestoppt erstmal das verdient jetzt immer den Kill und da steht noch einer die Schaft schießen die ganze Zeit vorbei so können wir keine Kids machen das ist ja auch normal ist das ist ja auch normal ist naja okay sind leider viele rott gegangen von dem Team holt sich die Schaft den Kill holt sich die Schaft den Kill naja holt sich die Schaft den Kill da geht leider der nächste schon wieder von rot oh der A-Punkt wurde eingenommen wir stellen mal rüberfahren so haben wir den auch wieder da ist zwei neue Spieler bei rot rein die Schaft die Schaft die Schaft die Schaft die Schaft die Schaft ein Spiele ohne Farbe so so Treffer den Weg so hochfahren der Entschuss wurde auch gleich gehalten von dir ok, unser C-Punkt wurde jetzt angenommen mal gucken, fahr mal rüber haben wir wahrscheinlich da, sind sie wieder angenommen von uns gucken, ah, sie schafft schon viel Schaden noch hält sie sich nicht so, ist noch jemand in der Mitte, der nicht zu unserem Team gehört? nö lass uns doch mit hoch Kollege ne, kann sich auch noch heilen wir müssen nehmen uns den stellen immer schöne Bewegungen zu bleiben dass der uns nicht treffen kann naja, das sieht jetzt schlecht aus oh nein schießt er uns um und der Opala, hab vergessen letztendlich zu drücken aber guter Versuch von denen aufzustellen aber leider nicht muss nicht hat so, weg das ist ein C-Punkt und der Punkt haut ab legen wir dort mal eine Mine so, komm okay, kann man sich nur um den und da sollte er einnehmen, aber unser Team ist schon da oh, der Kleine ist jetzt auch mal aktiv geworden in der Schlacht okay Kleine M2 Schrift macht uns platt okay, der hat da ist da, was vor allem der Ich habe die um die 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 sind ich Prozent so jetzt sieht er die Töckse Kettchen kann ich nicht mehr weg machen Kuro was sich selbst schon zufügt aber machte pittest du war selbst das ist einer von denen ja der verrichtet sich schon wieder selbst wenn er meint so ich bedanke mich für zuschauen bis zum nächsten mal